NEXT TIME Okay, nice Ich weiß halt leider nicht Äh, wo du die Preaks auswählen kannst Aber Instant Smelting hört sich doch schon mal interessant an Und vielversprechend Das ist endlich mal eine Map, wo man nicht so leicht runterfallen kann Weil hier nicht überall 80 Millionen Löcher sind So, ich hab ein Diaschwert, Diashelm Und Diaschuhvergiftungstrank, Schnelligkeitstrank Zum Werfen übrigens Hast du eine Pickaxe? Äh, ja, nein, hab ich nicht Nice one Das ist hier eine Zwischenmitte, ne? Komm hier hin Ja, ja Ruckelt grad'n bisschen, ne? Kann das sein? Ich bin tot Hab ihn Ne, ich bin auch tot Ja, hab ich doch gesagt, ruckelt grad'n bisschen, ne? Ja, bei mir hat du jetzt geruckelt Also der ist bei mir hat sich immer teleportiert, der Typ Bei mir hatte ich irgendwie zwei Fels oder so Dann wählst du nochmal neue Runde aus und Und da sind wir drin Oh, wenn wir wenigstens mal erstmal den ersten Checkpoint erreichen könnten, ne? Das wär so nice Die Map kennen wir ja schon Ich mag die Map zwar nicht so besonders, aber okay Bogen Und zwei die Erschwerte Dann gib mir mal irgendein die Erschwerte, irgendein die Erschwerte Hinter dir, hinter dir Ja Nice Na gut Oh, ich geb' immer an mein Fußpanzer Wenigstens auch bisschen in den Klüppach Ja Dann bau dich mal Richtung Mitte Kiste ist leer Dann komm, 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 komm Mitte oben Hinter mir Alter Ich bin tot Hab jemand Alter, das ist doch scheiße Es ist so voll Da ist einer mit dem Bogen hinter dir, hinter dir Und Alter, ich bin tot Da hat Sachen verbrennen wenigstens Und der springt auch in die Lava Lappen Ach komm, ich will mal wenigstens gewinnen Ja, nochmal Ja, so ein paar Soul Snaggen Nice Los Los, 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 los Komm Gibt's hier draußen überhaupt Kisten? Komm Ich hab ein Dia-Schwert Ein Stein Verzaubertes Steinschwert Drop mir mal Verzaubertes Steinschwert Nein, ich drop dir das Verzauberte Goldschwert Ist besser Hast du Blöcke? Ich hab 16 nur Erbau du schon mal Das nicht Sind drüben, sind drüben Kann springen Oh, komm, komm Hinter dir, hinter dir, hinter dir Marlin Hinter dir Kriege ich nicht Sind tot Ich krieg die Batsche Manche krieg die Batsche Ich krieg die Batsche Ich krieg die Batsche Kürpig, ich krieg die schnell Da kommt eine, kommt eine, kommt eine Kommt eine Kriegst du es? Nein. Der hat auch noch nur 5 Herzen, ne? Ich hab Vergiftung. Ich seh noch nichts, Alter. Okay, ich hab einen Plan. Nicht mehr direkt in die Mitte, weil das ist einfach nur Selbstmord, die scheiß Mitte. Okay, da geht direkt die nächste Runde los. Ich mein, wir hatten jetzt 2 Siege, ne? 2 Siege hatten wir schon mal. Komm, Schaden. Ich hab ein gutes Dia-Schwert und Schuhe. Komm, suchen. Dia-Hose. Hast du eine Rüstung? Hier, hier, nimm die Hose. Hast du Blöcke oder so? Ich hab gar nichts an Blöcken. Ja. Können auch nicht springen, können auch nicht springen, können auch nicht springen. So. Ja, nur das Schwert, ich hab dasselbe. Ich hasse diese Map. Alter, ich seh nichts durch dich manchmal, ne? Ich hab nichts mehr in die Mitte. Weg. Weg du? Hab ich. Auch weg. Ich bin gut. So ist sie. Regeneration. Ich hab mir Schuhe gegönnt. Wo bist du? Bist du Mitte? Ja, hier. Passt du kurz auf, dann kann ich hier... Ja, ja. Ich hab kaum Equipment. Was? Hier, warte. Kaum Equipment. Oder mir fehlt nur ein Helm. Aber pass auf, der kommt welche. Helm? Hab ich, hab ich dir Helm. Ja. Liegt vor dir. Oh. Doll. Das war gar nicht mit meinem Schülten. Hast du? Hab ich, hab ich den, hatte ich. Nein, das ist nicht. Ähm, hab ich noch irgendwas Geiles? Irgendwas? Ich hab keinen Bogen, doch hab ich... Doll! Eine Stärke 3 Bogen sogar. Na, ist das von mir. Ha? Ne, ne, keine Ahnung. Das war von mir. Eine Daumen, der... Das andere ist auch nicht so krass. Na. Als im Leben her. Wo leben noch welche? Da auf der Seite liegen zwei. Und da liegt einer, den hab ich gesehen. Ja, da auf der Seite eine und auf der Seite, wo du kappst, ist zwei. Aber ist der tot? Hm? Nee. Alter, ich hab über den Stack Pfeile. Nice. Komm, der ist low life. Ich seh den nicht. Wo ist denn der? Der hockt ja an so ne Kuhle. Der kannst du hinrennen. Der hat, kann man vier oder fünf. Der geht wieder... Nee, geht noch nicht nach oben. Der kämpft da. Der wird ja auch immer kämpfen. Ja, ich hab hier noch einen. Du alte Schnäpfe! Ich zieh den jetzt. Na komm, lass ihn. Lass ihn mal. Dann zieht er sich wieder zurück. Passst du hinter mir auf? Das ist nur noch der. Nur noch der? Ich bin noch viel besser equipped. Ich bin noch der. Der ist da. Schwerst ihn einfach! Hände mit dem Schwert drauf! Jetzt gib mir den Schwert drauf! Es liegt! Jetzt noch zweimal! Boah, war das anstrengend! Vor allem Bogenschießen, wenn es leckt, das ist nicht nice! So, aber wenn wir ein Checkpoint kriegen, das seht ihr erst in der nächsten Folge! Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen! Haut rein! Tschüss!